Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 11. November 2018. Neben mir sitzt du immer, die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. So, entgegen unserer Ankündigung und eigentlich unseres unumrückbaren Vorhabens, Bohemian Rhapsody anzugucken, haben wir nicht Bohemian Rhapsody angeguckt. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Oder noch nicht. Ja, ich sag mal so, für meinen Geschmack waren die Kritiken dann doch zu durchwachsen. Ja, ich hätte ihn, glaub ich, ganz gerne angeschaut. Aber naja, ist jetzt nicht schlimm, dass wir darauf verzichten. Ich bin schuld. Nein, du bist nicht schuld, aber mich hätte es jetzt nicht so gestört, weil ich hab mich jetzt halt von den Trailer schon sehr anheizen lassen und deswegen, aber es ist okay. Ja, also ich mag ja Queen und ich mag auch deren Musik und ich glaube auch, das haben die Kritiker zumindest auch so dargestellt, dass die Konzertszenen, die nachgestellten Konzertszenen auch sehr, sehr gut gelungen sind, aber ich glaube so, dass das Drama drumherum ist so ein bisschen Ja, das war halt einfach, die haben halt einfach zu viele Leute ihre Schütze in der Hand drüber gehalten, also auch Brian May und es ist halt so, dass die Figur Freddie MacReady existiert halt, also die muss inszeniert werden, größtenteils auch mit Sex und da haben sie halt die ganzen Drogen und Drogen und das wollten sie halt dann irgendwie nicht so zeigen und um quasi Queen Kinder, also im Kinderaugen schön dastehen zu lassen, keine Ahnung, ich weiß nicht, also irgendwie, man kann ja auch dazu stehen, also die ganzen wilden Jahre, die er glaube auch in Deutschland hatte, die wurden komplett ignoriert und ja, schade, also wie hat es der Spiegel so schön betitelt, we will rock you ein bisschen, das fand ich dann schon sehr aussagekräftig. Ja, wohl wahr, nee, also das hat mich dann, hat uns da nicht so gereizt, stattdessen hat uns natürlich jetzt ein anderer Film ins Kino gelockt, also überhaupt finde ich, das ist ja Herbst und ja, jetzt ist auch wieder auf Winterzeit umgestellt und so, aber irgendwie ist das Kinoangebot momentan noch nicht sehr herbstlich, oder? Also ich finde das ja, eigentlich ist ja, ich verstehe ja immer nicht, wieso diese Blockbuster immer im Sommer angesiedelt sind, weil ich finde ja so Herbst-Winter eigentlich die perfekte Kinojahreszeit ist. Ja, ist ja auch, aber jetzt, ich muss sagen, dass der November jetzt besser ist als der Dezember, also Dezember finde ich jetzt schon wieder so. Der Oktober war ja gar nichts. Ja, außer dann Ende jetzt dann Bohemian Rhapsody und dann Anfang Venom und Star Is Born dazwischen war, also zumindest nicht das, was uns dann wieder halt interessiert hat. Also wir standen da gestern im Kino an der Kasse und ich habe mir so die, wie soll ich sagen, die Spielzeiten angeguckt von den Filmdienerlaufen, da war halt außer denen, die wir jetzt geguckt haben, nicht einer dabei, der mich jetzt irgendwie gereizt hätte. Ja. War eigentlich, keine Ahnung, ist mir halt aufgefallen. Naja, was haben wir denn überhaupt geguckt? Achso, haben wir ja gar nicht erwähnt. Aufbruch zum Mond. Ja. First Man. Im Englischen First Man. Ja, und bevor wir uns über den Film selber unterhalten, erzähl uns doch bitte mal ein paar Fakten zum Film. Ja, und zwar der Film hat die FSK 12 und er geht beachtliche 2 Stunden und 21 Minuten, die man nicht merkt. Also uns ging das zumindest so. Dann hat er eine Bewertung auf IMDb, eine aktuelle Bewertung von 7,7 und er hat einen Metascore von 84. Regie für Damien Chazelle, den man unter anderem von Whiplash und La La Land kennen und lieben gelernt hat. Also beides Filme, die wir beides sehr grandios finden. Ja. Und das ist eigentlich der Wahnsinn. Ich meine, der Mann, was haben wir gesagt, der ist Anfang, Mitte 30. Mitte 30. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber ein sehr junger. Und das ist jetzt sein dritter Film, gell? Sehr junger. Ja, vor allem der hat, also das ist wirklich ein raketenhafter Start. Ja. Den er da hingelegt hat und erstaunlich für, vor allen Dingen, ich habe es, wir haben gestern schon kurz darüber gesprochen, wie wandlungsfähig, also wie unterschiedlich diese drei Filme sind, aber wie grandios jeder auf seine Art ist. Genau. Hat ja auch Oscar bekommen für La La Land. Für La La Land. Dann Kamera auch bei, ist der Linus Sandgren, das ist ein Schwede und der hat auch schon bei La La Land mitgemacht, bei American Hustle, Battle of Sexes, Joy. Dann der dritte im Bunde, der, also die heilige Dreifaltigkeit, die sich da jetzt gebildet hat, ist der Justin Hurwitz, der auch die Musik zu La La Land und Replash gemacht hat. Also quasi sind das jetzt alles hier so Buddies. Ich finde, das hat man gehört. Bei, wer warst du jetzt, bei La La Land oder bei? Bei First Man jetzt bei? Ja, ja, aber auf Bezug auf? Justin Hurwitz. Also, ich habe das nicht so, ich habe das jetzt nicht so rausgehört. Ich dachte so, an manchen Stellen des Soundtracks dachte ich mir so, okay, jetzt fangen sie gleich an zu tanzen. Echt jetzt? Okay. Nee, das wird jetzt übertrieben, aber ich habe schon, also diesen Justin Hurwitz-Vibe, finde ich, hat man gehört. Okay, also die Musik ist super, also, aber da können wir später nochmal, so, die Autoren, also es gibt eigentlich nur einen Autor und es ist auch der erste Film, wo Damien Chazelle nicht am Drehbuch mitgewirkt hat, ist der Josh Singer, der die Verlegerin, Spotlight und viele Jahre auch für West Wing geschrieben hat. Und das Ganze basiert auf dem Buch von James R. Hansen, der mitunter auch für einen Pulitzer nominiert wurde durch dieses Buch. Ich habe kurz auf Amazon geguckt, weil es mich jetzt tatsächlich auch interessiert, es zu lesen. Das ist eine Autobiografie über… Wir haben es bei uns im Markt. Ah, eine Autobiografie über Neil Armstrong, die wirklich absolut hervorragend auch recherchiert sein soll und auf dieser Autobiografie basiert eben das Drehbuch. Genau. So, dann kommen wir auch schon zur Besetzung und zwar Neil Armstrong wird gespielt von Ryan Gosling, der ja auch schon mit dem Damien Chazelle La La Land gemacht hat, Blue Valentine, Wie ein einziger Tag, Blade Runner, The Nice Guys, also er ist wirklich kein Untätiger, also er macht, glaube ich, ein, zwei Filme im Jahr mindestens. Ich glaube, sein Repertoire und auch so seine Bandbreite hat sich von Lars und die Frauen bis hin zu dem, was er jetzt macht, schon breit gefächert. Ja, also Driver. Ja, Drive. Driver. Jetzt sag ich schon wieder Driver. Ach, Drive. Genau. Dann seine Frau, Janet Armstrong, wird gespielt von Claire Foy, die man, eine englische Schauspielerin, die The Crown, die Königin Elisabeth spielt, meisterhaft, wie wir finden. Die ist grandios, die Frau. Ja, die jetzt auch im November ihren nächsten Kinofilm dann auch schon am Start hat mit Verschwörung, das spielt sie Elisabeth Zalander. Genau, vom, vom, ähm. Stieg Larsson. Stieg Larsson. Wobei ich irgendwie ein bisschen ein Problem mit dem, ich weiß nicht, weil du willst ja unbedingt den Film sehen, und ich bin ja, ich habe ja die ganzen Stieg Larsson Filme, also Bücher habe ich ja auch gelesen. Also ich kenne halt nur den einen, also ich kenne nur diesen einen einzigen Film mit Daniel Craig. Ah, da müssen wir mal die originalen anschauen. Und Nui Rapaz. Hast du gar nicht gesehen? Nee, nee, die habe ich nicht gesehen, aber den mochte ich und mich macht der Trailer einfach stilistisch an. Und man muss auch dazu sagen, dass die anderen Trailer, die liefen, alle scheiße waren. Oh ja, das war wieder ein Drama. Dann dachte man immer, also auch zu Filmen, die mich jetzt thematisch eigentlich interessieren müssen, dachte man, wie kann man denn den Trailer so verhunzen? Wie jetzt Aquaman zum Beispiel? Ja, Aquaman ist sowieso unterirdisch, der Trailer. Ja, dann hast du diesen Trailer, dieser Agatha Christie Trailer. Das krumme Haus. Ja, da denke ich mir, das spielt halt ein Line-Up an Stars mit, unfassbar. Ja. Und ich dachte mir, wer hat denn da den Praktikanten ans Schnittpult gesetzt? Ja, das ist auch wieder furchtbar gewesen. Das hat ja auch wieder den ganzen Film angegelt. Ach, furchtbar. Naja, jedenfalls, wir wollten uns nicht schon wieder über Trailer aufregen. Ja, aber das schaffen wir, also ich meine, das ist aber auch nicht schwer. Ich meine, die liefern uns ja Futter ohne Ende. Also, naja, okay, also Claire Foy. Crown, Verschwörung, Unzane, Wölfe. Genau. So, dann haben wir die Figur des Ed White, wird gespielt von Jason Clarke, der bei Everest, Mudbound, Kine 44, Planet der Affen, Revolution mitgespielt hat. War, da war ich bei Terminator. Ja, Terminator Genisys, genau. Genisys, ja. Ja, genau, da war er der Böse, oder? Das war der Böse, ja. Dann, also ich habe jetzt nicht alle Herren rausgeschrieben, weil da war ja, also das Cast ist ja auch schon sehr, ja, also da waren viele dabei und mir gedacht, ja, den kennt man doch, das kennt man doch, aber ich habe jetzt nicht alle rausgeschrieben. Wer hat denn den Patrick Fugit erkannt? Den Patrick? Patrick Fugit, den Darsteller. Kennst du den noch? Ja, nein. Der hat doch bei, wie hieß der mit Kate Hudson, Almost Famous, den Jungen gespielt. Ja, 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 da, wo du noch gesagt hast, ah, da, also du hast dann irgendeine Reaktion von dir gegeben, wo ich gedacht habe, was meint er denn? Woher, was denn? Was will er mir jetzt sagen? Patrick Fugit, der, okay. Der, weißt du, den Jungen. Ja, 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 klar, ich dachte auch, man ist das. Der ist halt, ja, alt geworden, aber man sieht den auch nicht so häufig. Nee, aber irgendwie sieht der doch nicht alt aus. Ich habe ein Katzenhaar in meinem Mikro, gell? Ja. Woher hat das wohl kommen? Ja, komisch. Ich habe auch nur eine Katze auf dem Schoß hocken. Ja, so. Ähm. Jetzt bin ich schon wieder raus. Okay. Der Dick Clayton wird gespielt von Kyle Chandler. Der hat bei Argus Super 8, äh, Game Night. Das war der Vater in Super 8, oder? Ja, genau. Und in Game Night der, der, äh. Der Bruder. Der Bruder, ja, genau. Wo so angegeben hat, wie toll er doch ist. Aha. Der hat, ähm, ja, ein bisschen unter, untergespielt. Also der war so, so beiläufig. Ja, es war halt eine ziemlich belanglose Nehmenrolle eigentlich. Ja. Hat jetzt auch nicht viel, viel Zeit zu glänzen, muss man auch zu sagen. Ja. Dann Buzz Aldrin. Er wird gespielt von Corey Stahl. Den kennt man aus House of Cards. Ant-Man war der Bösewicht in Souls. Das ist ein Ant-Man, ja. Genau, und The Strain, die Vampir-Serie von Giuliarmo. Ja, der, der, der hat so, das ist so ein Darsteller, den man beide Rollen irgendwie abkauft, finde ich. Gute und Böse. Ja, das ist so ein ambivalenter Charakter. Ja, also so eine. Aber meistens sieht er schon sehr verschlagen aus. Ja, ja, ja. Weiß auch nicht. Naja, und er hat irgendwie eine großporige Nase, das ist mir dann gestern so aufgefallen. Ach so, genau. Habe ich dann nicht, seine Nase nicht. Nein, 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 was soll ich machen? Ich meine, nee, habe ich ja auch nicht, aber was soll ich machen, wenn die Kamera drauf zeigt? Egal. Naja, und der Mike Collins, den habe ich auch noch mit aufgeschrieben, weil er dann halt der Dritte im Bunde ist bei der Apollo-Mission. Gespielt von Lucas Haas, der hat bei The Revenant, Transcendence, Lincoln und Inception mitgespielt. Genau, und dann habe ich es eigentlich auch schon gut sein lassen bei dem Cast, weil wie gesagt, also da sind halt viele dabei, ja, wo mehr oder weniger zu sehen sind, aber ich finde, die Neben, also bei den Nebendarstellern hat jetzt keiner so richtig so sicher ausgespielt. Es ist ja auch ein Neil Armstrong Biopic. Genau, also da haben sie schon auch den Fokus ganz klar auf die zwei Hauptdarsteller. Also sie ja genauso und er auf jeden Fall. Ja, sagen wir mal so, wenn man sich mit der Geschichte der amerikanischen Raumfahrt so ein bisschen beschäftigt, dann kommen einem natürlich, fallen natürlich schon Namen, die einem auch bekannt vorkommen, die vielleicht auch in späteren Missionen nochmal eine Rolle spielen und so weiter. Aber ganz klar, wie du schon sagst, der Fokus liegt bei Neil Armstrong. Genau, so. Darfst du den Pressetext lesen? Genau, dann habe ich meinen Pressetext mitgebracht. Der ist auch nicht sehr lang. Er gehört zu den größten Helden des 20. Jahrhunderts. Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond. Aufbruch zum Mond erzählt aus Armstrongs Leben und von den enormen Konflikten und Entbehrungen, mit denen der Pilot vor und während seiner legendären Mission konfrontiert war. Gleichzeitig schildert der Film auf ergreifende Weise die hochdramatischen Ereignisse des amerikanischen Raumfahrtprogramms zwischen 1961 und 1969. Oh, das war's. Ja. Ein guter Pressetext. Ja. Kurz und knackig und er fasst eigentlich ziemlich genau zusammen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was der Film uns zeigen will. Wie war denn so deine Erwartungshaltung? Ja, also ich habe mich auf jeden Fall sehr auf den Film gefreut und die Erwartungshaltung, die war ja jetzt schon hoch, weil im Vorfeld natürlich auch der Film sehr gefeiert worden ist. Ich meine, er ist jetzt auf diversen Festivals auch wieder gelaufen im Sommer und die Kritiken, die waren durchweg gut und deswegen war ich da schon sehr gespannt. Und erwartungsvoll. Ich sage immer, you had me at Neil Armstrong. Ja, mich jetzt nicht so. Also ich meine, ich mag ja Science-Fiction-Filme und natürlich finde ich es auch spannend, da auch Raumfahrtfilme anzuschauen, so wie Gravity oder Apollo 13 mit Tom Hanks. Das sind alles so Filme, die schaue ich schon gern. Aber ich war da jetzt mit den Namen auch, wo du dann gesagt hast, Buzz Aldrin. Und ich so, hä? Weißt du, innerlich hä, wie ist das, weil mir halt nur Neil Armstrong was gesagt hat. Und die anderen Namen haben mir alle nichts gesagt. Ja, der Buzz Aldrin ist der zweite Mannschaft. Ja, genau. Die zweiten. Das ist halt genau, was man immer sagt. Den zweiten kennt man halt nicht. Okay, ganz zu schweigen, weißt du noch, wie der hieß, der in der Kapsel geblieben ist? Ja, das ist ja der Mike Collins. Genau. Genau. Jetzt weißt du es. Vorher wusste ich es nicht. Ja, das ist traurig, aber wahr. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ich bin, mich fasziniert Raumfahrt im Allgemeinen, Science Fiction im Speziellen sowieso und fand das schon als Kind faszinierend und habe schon Saturn fünf Raketen bestaunt in irgendwelchen Lexika und so. Und insofern, und das gepaart mit Damien Chazelle, schon auch mit dem Erstaunen, dass er sich halt jetzt wieder was komplett anderem zuwendet, da habe ich mich schon drauf gefreut. Und der Trailer hat mich dann auch angemacht. Ich habe auch nur einen geguckt und so wie ich es eigentlich immer handhabe, also einen gucken, den ersten meistens und sagen, okay, passt, passt nicht. Weitere setze ich dann meistens aus. Wird nicht besser. Meistens nicht. Ja, und wie war denn so unsere Reaktion, als wir den Kinosaal verließen? Ja, super. Also das war Wahnsinn. Also total geflasht. Wieder so ein bisschen genervt, weil keine Ahnung, was da wieder im Kinosaal saß. Also ich weiß auch nicht, was. Ich würde mir halt manchmal, also wirklich meine Bitte da nach draußen. Also wenn ihr halt, wir gehen ja auch nicht in Filme rein, wo wir nicht sehen wollen. Wir könnten jetzt auch in Filme reingehen und sagen, uns ist langweilig, wir gehen rein und machen den anderen irgendwie den Abend kaputt. Und irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl, dass die Leute nichts mit ihrer Zeit anzufangen wissen und da war halt auch wieder. Zwei so Pärchen, ne? Ja, es waren so Pärchenabend und die haben dann irgendwie gedacht und die eine, die war halt null, null angefixt an diesem Film und das hast du die ganze Zeit gemerkt und da war halt immer ein dummer Kommentar und immer. Also ich habe mich ja echt bemüht, das immer auszublenden, aber ab und zu. Es ging halt nicht und es gibt dann halt eine, immer wieder auch Stellen in dem Film, da ist es halt einfach ruhig und da merkst du dann erstmal, wie wenig die Menschheit mit Ruhe auskommt. Ja, ich finde es halt schade, dass einem halt so ein Filmerlebnis immer, immer wieder getrübt wird. Durch Mitmenschen. Das merkt man halt jetzt schon, weil das Erste, was du erzählst, ist, dass du dich über die aufregen musstest. Was ja eigentlich schade ist, dass sich das, dass dich das halt so, ja, dass das halt auch ein Eindruck ist, den du damit rausnimmst, einfach aus dem Kinosaal, anstatt halt einfach nur zu sagen, wow. Ja, ich meine, ich sage ja auch wow, aber das ist halt einfach wieder dieses, ich nehme das halt trotzdem wieder mit raus. Also ich lasse mich da auch halt auch leider immer so leicht ablenken. Und es ist leider, und ich mittlerweile erkenne ich solche Leute halt auch schon gleich. Also wenn die halt während der Werbung in einem Zug durchgelabert wird, dann weiß ich genau, dass die beim Film dann halt auch nicht aufhören werden und das ist halt leider so. Und wenn ich dann halt gleich am Anfang, dann kann ich mich zwar immer schon drauf einstellen, aber naja, egal. Auf jeden Fall, der Film ist der Wahnsinn. Ja, wow. Einfach nur wow. So, tschüss, das war's für diese Woche. War schön mit euch. Nee, Quatsch. Also ich muss sagen, mein erster Eindruck war, es geht ja los und wir machen das ja immer spoilerfrei erstmal, aber es geht halt nur los mit einer eher actionlastigen Sequenz. Und die etabliert, sag ich jetzt einfach mal, schon einen gewissen Stil, der mich überrascht hat. Ehrlich. Also ich, der Film sieht aus wie, also jetzt weniger in Action-Sequenzen, sondern mal generell wie so ein verblichenes Polaroid-Foto aus den 60er, 70er Jahren. Und dann, dieser Stil, der, ich fand teilweise, also, wenn man sagt, gnadenlos ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber die Darsteller werden da nicht weich gezeichnet. Also ich fand, also eben, weil du schon sagst, da sieht man jede Pore und auch Claire Foy zum Beispiel sah, ich denke mal, nicht auf alt geschminkt, sondern ihrem Alter entsprechend aus. Verstehst du, was ich meine? Und da dachte ich mir so, oh, das ist aber echt eine schonungslose Kamera, also, oder ein schonungsloser Stil, also da sind die Kontraste extrem hochgedreht, man sieht halt wirklich jede Falte und das gepaart mit einer extrem unruhigen Kamera. So, jetzt bin ich ja normal jemand, der sowas überhaupt nicht abkann. Ja, ja, ich weiß. Also es war, in manchen Szenen war es schon sehr, sehr anstrengend. Sagt man denn, magentechnisch. Ja. Gott sei Dank wurde mir nicht schlecht, ich habe es bewirktet. Ja, weil es war aber auch nicht überwiegend. Also es gab halt einfach, wenn in Szenen, wo Dynamik drin war, zum Beispiel der eine läuft jetzt aus dem Haus zum Auto, dann war halt Wackelkamera oder das Auto fährt los. Ja, aber auch im Haus drin. Ja, aber immer wenn Bewegung war. Also wenn in ruhigen Momenten, ist ja klar, dann hat die Kamera ja nicht gewackelt. Doch, aber nicht so schlimm. Also ich habe wirklich darauf geachtet, ob sie in ruhigen Einstellungen auch eine statische Kamera verwendet haben, war es aber nicht. Also man hat immer gemerkt, dass sie immer so ganz leicht gewackelt hat, auch wenn sie jetzt nur, ich sage mal so, es ist ein fast schon dokumentarischer Stil. Sehr unruhig, in weiten Teilen unruhig, nur in gewissen Momenten nimmt sich dann, nimmt sich der Regisseur oder der Kameramann einfach diese Ruhe raus. Das sind dann aber auch die Momente, die da wirklich herausstechen. In den Actionsequenzen extrem nah dran. Was aber dazu führt, dass man fühlt sich, also wir haben es nach der Aufführung, nach der Aufführung haben wir es so schön gesagt, dass die, ich habe mich nie, ich hatte keine Ahnung, wie sich das anfühlen müsste, wenn man in so einer Kapsel drin sitzt. Und der Film schafft es halt wie kein anderer, dieses Gefühl zu vermitteln. Ja, absolut. Und das ist unfassbar. Also man sieht ja auch in diesen Sequenzen, wo es halt ins Weltall geht und auch so diese Absch... also wie sagt man, die Starts und so. Das ist nicht wie Apollo 13, wo irgendwelche tollen Totalen gezeigt werden von der startenden Saturn-Rakete und hier, sondern es ist ganz nah bei den Leuten, die da drin sitzen. Und mit dieser gepaart, mit dieser fantastischen Geräuschkulisse, wow. Also das... Ja, das war wirklich... Das presst einen echt in den Kinositz, das ist... Also wenn einem das nicht mitreißt... Ja, hast du ja gemerkt, es geht schon, dass es manchen Leuten nicht mitreißt, ich weiß auch nicht. Ich kann das irgendwie auch manchmal nicht nachvollziehen, das ist halt... Deswegen habe ich da auch irgendwie, ja, dann auch kein Verständnis, weil ich meine, natürlich kann einem das Thema vielleicht nicht interessieren, aber es ist so gut... Ja, dann gucke ich mir den Film nicht an. Ja, genau, das ist das, was ich ja gesagt habe, aber wenn du dann halt mal drin sitzt, ich meine, das ist ja auch handwerklich gut gemacht und es ist halt einfach auch eine Frechheit dem Film gegenüber und deswegen regt mich das auch immer so auf, weil ich mir da einfach denke so, hey, da haben sich Leute echt Mühe gegeben, die halt wirklich diese Thematik und das, was da halt passiert ist, dieser Teil unserer Geschichte der Menschheit näher zu bringen und man hat halt nichts Besseres zu tun, als dumme Kommentare abzulassen und das ist, naja. Also ich habe also wirklich durch diesen Film erstmals ein Gespür dafür bekommen, was es eben bedeutet, zum Mond fliegen zu wollen und welche Opfer und welche, was das für Strapazen sind und da geht es jetzt gar nicht so sehr um den Aspekt, wie viele Leute da beteiligt waren und mitgeholfen haben, das zu bauen, sondern da geht es wirklich um die Person, Neil Armstrong hauptsächlich eben und was es halt bedeutet, ja, Testflüge zu machen, in diesen Kapseln zu sitzen. Ich glaube, da darfst du nicht klaustrophobisch veranlagt sein. Das ist, also, ich finde da gar keine Worte für, wie mich das fasziniert hat. Das ist, das ist wie, ich habe es verglichen mit, das ist wie das Boot im Weltall. Also du hast irgendwie bei das Boot ja auch so diesen klaustrophobischen Charakter, diese Geräusche, die das U-Boot macht, die Nieten, die da fliegen und das Knarzen und das. Und so muss man sich das vorstellen. Wie gesagt, das ist eine extrem, ja, wie soll ich es anders sagen, es ist eine klaustrophobische Kameraführung in diesen Action-Sequenzen. Sehr unruhig, wenn es um die, wenn es um die, die restlichen Szenen geht, um das Drama sozusagen, ist auch sehr unruhig. Und daran muss man, darauf muss man sich einstellen. Also ich war überrascht. Der Film ist so un-Hollywood, un-Hollywood-esk, oder was weiß ich, wie man es ausdrückt, wie er nur sein kann. Also wenn man hier First Man liest, der erste Mann auf dem Mond, dann rechnet man ja mit Patriotismus und Pathos pur und, was weiß ich, und ja, fett aufspielenden Geigen. Also er ist viel roher und ehrlicher, schonungsloser, als ich das gedacht hätte. Deswegen will Trump den Film ja auch nicht sehen. Ja, der zu unpatriotisch ist für ihn. Genau. Weil man nicht sieht, wie Neil Armstrong die Flagge in den Mondboden rammt. Genau. Also man sieht die Flagge, aber man sieht nicht, wie er es macht. Ja, das ist natürlich klar. Also da darf man sich ja jetzt auch, der Pressetext hat es ja auch so schön geschildert, es geht jetzt nicht nur um diese Mondmissionen. Die Mondmission ist der Abschluss sozusagen, sondern es geht halt um die Jahre vorher, um diese ganzen vorbereitenden Missionen, um dieses ganze Gemini-Projekt mit den Fehlschlägen und Erfolgen, die es da gab. Und dann, bis es dann eben zu diesem Apollo-Projekt kam, wurden ja viele Milliarden Steuergelder verpulvert. Der Wettlauf mit Russland natürlich, das wurde thematisiert. Natürlich auch so ein bisschen der Unmut der Bevölkerung, weil halt die Erfolge sich nicht einstellten. Das fand ich aber gut, dass sie das auch gebracht haben. Auch diese eine Sequenz da mit Whitey on the Moon, das ist halt, ja, also quasi das Problem der Weißen und die Schwarzen haben halt nichts zu essen. Ja, und die Weißen verpulvern da. Ja, genau, und das ist halt so ein weißes Problem halt einfach. Das fand ich übrigens einen interessanten Aspekt, weil diese Doppelmoral einfach, die da auch vorherrscht, wo man sagt, ja, also du brauchst da als jemand, der da diese Vision hat, auch diesen langen Atem und zu sagen, okay, ich weiß, was das dem Volk bringen wird oder dieser Nation bringen wird, wenn das ein Erfolg ist. Und dann hast du halt eine lange, lange, lange Durststrecke, bis sich diese Erfolge einstellen, wo dann halt die Kritiken immer lauter werden und der Kongress sagt, oh, wozu sollen wir hier noch Geld ausgeben und so weiter. Und dann am Ende, wo dann das ganze Volk dasteht mit stolzgeschwellter Brust und sagt, wir haben es schon immer gewusst. Ja, genau. Ja, das war schon dann und weltweit wurde es dann verfolgt. Ja, also das gibt halt den ganzen Visionären dann recht und die Kritiker verstummen dann plötzlich, weil es halt, ja, weil es halt tatsächlich ein Erfolg war. Ja, die weißen Kritiker. Genau. Nicht die schwarzen, die hat man dann nicht gesehen. Ja, aber es ist immer, also auch dieser Aspekt bleibt nicht unbeleuchtet, dass es natürlich nicht immer ein, nicht immer alles eitel Sonnenschein. Ja. Wow. Ja. Ja, gibt es bezüglich der Darsteller, haben wir da noch irgendwelche Highlights? Ja, Ryan Gosling ist. Absolut, also ich finde, das ist sein bester Film. Und, also on the top of his game, wie man auf Englisch so schön sagt. Ja. Finde ich Wahnsinn. Also das ist, ja, das ist, eigentlich brauchen wir, ich finde, bei dem Film brauchen wir gar keinen Spoiler-Teil, weil die Geschichte kennt ja eh jeder. Das stimmt eigentlich. Ich meine, deswegen. Naja, es gibt schon ein paar Szenen, glaube ich, die man besprechen kann. Man weiß ja nicht, was vorkommt, wie es vorkommt. Ja, okay. Ja, Überraschung, er landet dann auf dem Mond. Genau, Surprise. Ja, ich meine, das weiß man aber auch im Vorfeld, dass ja seine Tochter auch gestorben ist an Krebs. Wusste ich nicht. Spoiler. Spoiler? Ja, wusste ich auch nicht, aber ich habe es dann halt gelesen. Ja, das ist halt wieder, das weißt du als Raumfahrt interessierter Mensch nicht. Ja, weil ich keine, also von der Person Neil Armstrong nichts weiß. Ja, ich weiß von der Person als Astronaut, aber nicht Privatperson, wusste ich nicht. Ja, ich wusste auch nicht. Auf jeden Fall, die Trauer, die hat er einem schon sehr spüren lassen. Also das fand ich schon sehr, also sehr zurückhaltend gespielt, aber ich meine, er ist ja auch jetzt auch kein Over-the-Top-Darsteller, also so einer, wo dieses Overacting, genau, das Wort habe ich gesucht, das gesucht habe ich gewohrt. Nee, der Typ ist, der over-act ja nicht und deswegen, er macht das immer sehr subtil, aber wirklich ganz toll, also Wahnsinn. Also ich habe da echt ein paar Mal eine Gänsehaut bekommen, wenn es dann den Tod seiner Tochter ging. Also Claire Boy ist ja auch eine Klasse für sich, finde ich, also die Frau hat auch eine. Hat die noch riesigere Augen bekommen, also manchmal habe ich das Gefühl, die verschluckt dann jetzt gleich mit den Augen, also gerade gegen Ende dann, die wurden ja immer größer und das war schon krass. Ja, aber die hat halt auch Power, also eine Ausstrahlung und die kann, die hat auch so ein ganz, wie soll ich sagen, sie beleuchtet also den Aspekt, so stellvertretend für alle Astronautenfamilien, finde ich, was halt so in den Frauen vorgeht und natürlich auch in den Kindern, wenn ihre Männer so lebensgefährliche, hochlebensgefährliche, hochlebensgefährliche Arbeit nachgehen. Und das macht sie sehr, sehr gut und das macht sie sehr subtil. Also das ist nicht so, dass sie sich ständig darüber, also verbal äußert. Nein, den Kampf trägt sie ja mit sich aus. Den trägt sie mit sich aus und man sieht ja das an und das sind immer so kleine Momente, wo du ganz genau merkst, okay, wo halt er irgendwie erfährt, dass er halt zum Mond fliegen wird und da gibt es auch keinen Dialog, sondern nur diese eine Szene, wo, naja, das wäre schon wieder ein Spoiler-Teil. Spoiler. Nee, lassen wir es. Ja, ich glaube, wir reden im Spoiler-Teil nochmal weiter. Ihr merkt schon, wir sind hochbegeistert vom Mann im Mond, vom First Man. Mann im Mond, also es ist auch wirklich und das ist, es gibt Filme, die muss man nicht im Kino gesehen haben und das ist ein Film, den muss man im Kino gesehen haben, weil allein von, das lebt einfach vom Sound, von der riesen Leinwand und ja, wie du auch schon gestern gemeint hast, so, das ist halt dann immer schade, dass so ein Film dann so ein bisschen zu Hause halt einfach verliert. Der wird verlieren, also der definitiv. Ja, es ist halt einfach so und da kann der Film, aber, ja, da kann der Film jetzt aber auch nichts dafür und ja, also wirklich, wenn euch was an dem Thema liegt und ihr auch da ein bisschen geschichtsinteressiert seid, dann schaut euch den an und wie gesagt, diese zweieinhalb Stunden, also fast zweieinhalb Stunden, das ist nichts, also die vergehen wie im Flug und genau, haut euch nochmal ein Espresso vor, naja, und dann passt, aber nicht zu viel, als ein Mist aufs Klo. Ja, genau. Aber das war wirklich, ich fand, die waren, also viele Leute, also der überwiegende Anteil war schon, also die waren wirklich gepackt, gell, also weil du merkst es ja auch immer am Film. War auch jetzt ein verhältnismäßig älteres Publikum, gell. Ja, war auch. Also wir haben ja jetzt Pech gehabt, dass die hinter uns sind. Ja, genau. Und aber ansonsten, weil du merkst es ja auch immer am Film, wenn es so ein bisschen wegdriftet, dann ist immer der Moment, ah, jetzt kann ich aufs Klo gehen. Also, und dann gehen aber auch brutal viele Leute dann auch mal aufs Klo und das ist mir gestern gar nicht so aufgefallen. Also, hat viele gepackt, würde ich schon sagen. Definitiv, definitiv ein Film, der mal wieder extrem gewinnt, wo halt also Sound, das Sounddesign ein ganz elementarer Bestandteil dieser Faszination ist. Ja, das hat manchmal schon richtig weh getan. Ja, es ist teilweise, also nicht laut, nicht schmerzhaft laut, sondern einfach schmerzhaft intensiv, wo du dich einfach extrem unwohl fühlst und eben nachfühlen kannst, wie sich die Astronauten da gefühlt haben müssen. Sehr klaustrophobisch. Und das ist, glaube ich, ein Erlebnis, dass, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie ein stattliches Heimkino sein eigen nennt, zu Hause, man nur schwer nachempfinden kann. Also nicht mit dem Fernseher oder einer Soundbar, so wie wir, wird es das nicht geben. Also, ich habe das bei Gravity auch festgestellt. Vor allem ist mir das immer wieder aufgefallen bei Menschen, die Gravity zum ersten Mal zu Hause gesehen haben, auf dem Fernseher, dass sie mir gesagt haben, ja. Und ich konnte das nie nachvollziehen. Ich habe gedacht, das ist ein Brett von einem Film. Ja, also, das war wirklich Wahnsinn im Kino damals. Und dann wurde mir halt erst so bewusst, wie krass wichtig eben Sound und Bild halt in dem Zusammenhang sind, auch der 3D-Aspekt. Und natürlich, ich glaube... Haben wir den damals in 3D gesehen? Ja. Ja? Okay. Und ich glaube, dass der in... Also, First Man jetzt, also, Aufbruch zum Mond ist zwar nicht in 3D, aber wie gesagt, das Sounddesign ist so brachial, dass... Was auch so toll ist. Was denn? Dass der nicht in 3D getreten ist. Ah. Ich glaube, Damage Cell macht sowas nicht. Ja, dein Wort in Gottes Ohr, weil... Ja gut, das heißt, das hindert ja die Studios nicht daran, die zu konvertieren, aber in dem Fall war es... Wäre es wahrscheinlich auch, wie denn? Ich glaube, ich wäre kotzend aus dem Saal gelaufen. Wahrscheinlich. Also, man hätte überhaupt nichts mehr erkannt. War es eh schon unübersicht... Also, bewusst unübersichtlich und dann... Fandst du unübersichtlich? Ja, in diesen Action-Sequenzen, weil es ja eh nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja, aber weil da halt kein Orientierungspunkt ist. Ja, genau. Aber das ist halt... Das Problem haben die ja genauso. Ja, eben. Ich sag ja, aber dann das... Wie willst du das in 3D machen? Ja. Naja, aber auf jeden Fall war das... Wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Ding in einem Kino zu sehen mit adäquater Soundanlage, dann guckt euch den im Kino an. Ansonsten macht euch bitte darauf gefasst, dass der vielleicht nicht ganz so wuchtig rüberkommt im Heimkino, wenn ihr den mal zu Hause anguckt. Dessen sollte man sich bewusst sein. Es gibt nicht viele Filme, wo wir eigentlich immer der Meinung sind, das muss man im Kino gesehen haben. Na klar, große Leinwand-Sound gewinnen solche Action-Filme immer, aber bei manchen sage ich ja auch, ja gut, hier großer Fernseher auch gut. Ja, das stimmt. Ja, das sagen wir nicht oft. Aber das gab es das erste Mal, dass wir wirklich darauf drängen würden, den... Ja, weil man das nicht nach... Das kann man nicht nachempfinden zu Hause. Ja, das stimmt. Glaube ich nicht. Blade Runner haben wir es aber, glaube ich, auch gesagt. Ja, Blade Runner, ja, wobei ich sagen muss, den haben wir ja zu Hause jetzt nochmal geguckt und ich finde, die Bilder sind halt nach wie vor, sind auch auf dem Fernseher großartig. Und das Sounddesign ist von Blade Runner auch großartig, aber es ist nicht so elementar wie in den Action-Sequenzen von Aufbruch zum Mond. Gut, dann würde ich sagen, unterhalten wir uns noch ein bisschen weiter, ohne jetzt auf Spoiler achten zu müssen. Machst du einen Alarm? Und dann klatsche ich mal unseren Spoiler-Alarm rein. Ja, was ich vorhin eigentlich erzählen wollte, weil ich es unterdrückt habe, um niemanden zu spoilern. Das war Claire Foy's Schauspiel, ein Beispiel für ein tolles Schauspiel war eben diese Szene, wo er erfährt, dass er zum Mond fliegt und sie dann nur in dieses Nebenzimmer geht und dann ihr Sohn kommt und sagt halt, Mama, was ist denn? Und sie sagt irgendwie, dein Vater fliegt zum Mond. Und das, was sie da sagt oder versucht irgendwie da so diese, gut, das war jetzt Synchro, aber so diese Freude da reinzulegen. Aber der Gesichtsausdruck dazu, wusste es halt ganz genau, was ihnen hervorgeht. Ja, auch genauso, wo sie dann ihn dann dazu gezwungen hat, nochmal mit seinen Söhnen zu reden. Das war halt auch Wahnsinn, weil das war, also dieses Gesicht, das war eine einzige Anklage. So, jetzt hockst du dich jetzt bitte mit deinen Kindern dahin und erklärst ihnen, was du jetzt machst und dass du vielleicht nicht wieder zurückkommen könntest. Und er will das halt einfach nicht, er will das halt komplett ausblenden. Und das ist halt natürlich auch, kann ich ihn da auch so ein bisschen verstehen, weil, ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist, wenn du dich auf ein Ziel so fokussieren musst und dann gleichzeitig die ganze Zeit an deinen Tod denken musst. Ich glaube nicht, dass das hilft. Aber er musste, deswegen, ich glaube, dass er da so der Typ ist, der sich das dann lieber ausblendet. Ich glaube, wenn du. Oder nicht? Ja, ja, definitiv. Weil, also ich meine, wenn du, wie du schon sagtest, wenn du so ein Ziel hast und dir ständig darüber Gedanken machst, dass du A, natürlich draufgehen könntest, B, was du deiner Familie damit antust. Und er hat sich halt dafür entschieden und er hat tatsächlich, und das war eben diese Szene, wo du meintest, wo er packt, Muster gültig dafür, dass er das halt wirklich versucht, von sich wegzuschieben, diesen Konflikt. Und er lässt das gar nicht an sich ran, weil sonst würde er wahrscheinlich einfach von seinem Weg abkommen. Und das ist bewundernswert. Also natürlich bemitleidenswert auf der einen Seite für die Familie. Das war aber auch so ein ganz komisches Gespräch dann. Das war ja so, ja, habt ihr ja Fragen? Ja, genau. Ja, aber du darfst da halt einfach keine Angst haben. Ja, der es geschnallt hat, war so ein bisschen sein älterer Sohn. Der, glaube ich, war eher so, der war sich eher dessen gewahr, dass sein Vater nicht mehr zurückkommen könnte. Der Kleine, glaube ich, hat das noch gar nicht so. Nee, nicht so. Aber es war schon, es war echt auch von ihr eine großartig gespielte Szene. Ja, schon. Ja. Ja, aber dieser Aspekt mit dem Kind, das wusste ich nicht. Das ist aber auch gleich, glaube ich, so das Erste, was man zu sehen bekommt mit seiner Tochter, mit der, die an Krebs stirbt. Ja, ja, ja. Das, man sieht noch irgendwie so kurz diese, diese Strahlentherapie oder, ich glaube, war Strahlentherapie. Ja, weil sie ja Krebs hatte. Und seine, seinen Versuch, da irgendwie noch Hilfe zu bekommen. Und dann kommt schon relativ abrupt diese Beerdigungsszene. Mhm. Hat aber, wo es so kurz war, für mich ausgereicht, um da so einen emotionalen Anker zu schaffen. Absolut. Es war, also das war auch, weil das ist ja, da scheitern ja viele Filme auch immer so ein bisschen dran. Oder viele Drehbücher, besser gesagt. Dass dir das nicht wurscht ist. Genau, diese emotionale Bindung zu den Figuren zu schaffen, innerhalb kürzester Zeit. Und das war der Wahnsinn, weil das waren, glaube ich, fünf Minuten. Dann war die Beerdigung und ich hatte schon eine Gänsehaut und mir tat der Ryan Gosling schon so unglaublich leid. Weil dieses, dieser Gesichtsausdruck von ihm, dieses kurz vorm Weinen, aber doch nicht Weinen und dieser innere Kampf, wo du dann wirklich in diesem doch sehr glatten Gesicht gesehen hast. Also das war, ich fand das da Wahnsinn. Und das schaffen einfach nicht viele Filme. Das ist dann halt immer so dieses, das, was du immer erklär, Bär und auch dieses emotionale Background, wo dann da immer so aufbereitet wird in vielen Rückblenden. Und ja, das hat wirklich, in fünf Minuten hat es gereicht, um da einfach diesen Menschen dir da zugänglich zu machen. Und halt auch so ein bisschen, ja, ich glaube, er hat ja auch diese Raumfahrt. Es war immer so auch diese Flucht von diesem Planeten oder Flucht, also Trauerbewältigung und sich in die Arbeit stürzen, weil er war ja da auch wirklich, ich glaube, einer, also er war ja auch Ingenieur und auch wirklich ein sehr engagierter und einer von den Besten. Und er war ja auch besessen von seiner Arbeit. Also der hat er da auch nicht aufgegeben. Also da gibt es ja eine von den besseren, also von den lustigen Szenen, die es jetzt nicht oft gab, aber wo man echt gedacht hat, so oh mein Gott, das war, wo sie dann in der Zentrifuge war. Oder wie nennt sich das Ding? Ich habe es nicht, es war keine Zentrifuge, weil die Zentrifuge ist ja das, wo man einfach nur die Beschleunigung, die Schwerkraft, die Gs testet. Ja, okay. Das war irgendwie so ein... Ach scheiße, jetzt wollte ich mit Wissen glänzen. Ja, aber ich weiß es auch nicht. Das war so ein Gestell, das ich halt um alle Achsen drehen kann, wo sie halt diese Stabilisierung... Also Achterbahn von der Hölle, also aus der Hölle. Und es haben halt alle gekürzt. Ja, und es hat halt jeder... Und vor allem er ist jetzt drin und dann so... Wird umwichtig. Dann ist er ohnwichtig und dann kommt er wieder zu sich und dann wollen sie schon aufhören. Er so, nee, nochmal. Und dann macht er das nochmal und dann siehst du ihn halt nur noch über der Toilette hängen. Dann kommt der Nächste und er dann so, ja, macht die Tür schon so auf und er kommt schon so angerannt und zum Schluss sieht man dann alle zusammen... Im Unterrichtsraum. Im Unterrichtssaal und alle haben vollgekotzte Overalls an und T-Shirts. Überall sind Flecken und alles Mögliche und dann haben sie so ein dickes Lehrbuch. Vor sich, wo sie dann 600 Seiten durcharbeiten müssen und da sind sie so, oh mein Gott. Und das war wirklich lustig, also... Ja, aber das ist halt... Das waren schon Teufelskerle. Also das muss man mal wirklich sagen. Also dieses Gottvertrauen. Und dann, ich dachte mir dann auch immer so, wenn du halt so eine Szene siehst in so einer Raumkapsel mit diesen eine Million Schaltern und Drehreglern und das war ja alles noch sehr mechanisch und dann denkst du, okay, schwer genug, das überhaupt sich zu verinnerlichen, wann man was, wo, wie schalten muss und dann vibriert und dröhnt alles da drin und dreht sich alles. Ja, ja, und dann musst du trotzdem wissen, okay, wenn ich da hingucke, dann ist da der Schalter und den muss ich in dem Moment drücken. Also, das ist der Wahnsinn. Da gab es ja... Es geht ja... Man sieht ja auch diese Gemini-8-Mission, die quasi das erste... Das war letztendlich die erste erfolgreiche Kopplung zweier Raumkapseln im Weltall. Diese Adena, glaube ich, hieß diese Raketenstufe und diese Kapsel, die Gemini-Kapsel, sollten sie ja andocken. Und diese Adena wurde quasi zuvor hochgeschossen und eineinhalb Stunden später kamen dann die Kapsel und die haben halt erfolgreich angedockt und dann kamen die aber ins Trudeln und haben sich halt so mit einer Umdrehung pro Sekunde... Das ist so der Wahnsinn. ...hat sich diese Kapsel gedreht und sie haben es halt kurz vor der Ohnmacht, ich glaube, der Co-Pilot ist sogar schon... Er war schon weg, ja, ja. ...schon weg, hat Daniel Armstrong geschafft, dieses Ding zu... Und das ist ein Moment, du krallst dich da am Kinositz fest. Ich meine, du weißt, dass er es überlebt. Ja, natürlich, aber wie halt? Oh, wow. Und dir wird es selber schon schlecht, ne? Ja, vor allem, ich überlege mir dann immer ab, an welchem Punkt wäre ich denn schon ausgestiegen wahrscheinlich. Aber das ist halt... Okay, fuck it. Ja, genau, aber du musst dir überlegen, einer ist schon weg und er hat gesehen, dass er schon weg ist. Und das heißt, du musst dich so jetzt zusammenreißen, du musst dann sonst sterben beide. Und das war ihm bewusst und er hat es halt geschafft. Also der ist halt wirklich auch diese Willensstärke, die er da haben muss, seinen Körper auch so unter Kontrolle zu haben. Das merkst du ja auch, das war ja diese Action-Sequenz, wo du dann relativ am Anfang, wo du ihn... Wo er im Orbit... Ja, wo er da im Orbit ist und da auch so eine Probe zu... Von der Atmosphäre. Und er abprallt. Genau, und das ist ja schon das erste Mal, wo du dann merkst, okay, und dieses Wackeln und dieses Versuchen, sich zu orientieren am Himmel auch, um nicht mal, dass du das navigieren kannst, weil du hast ja alle Instrumente vor dir, aber einfach, dass du als Menschen einen Orientierungspunkt dann einfach hast und auch für dich sozusagen, okay, wo muss ich denn jetzt hin? Weil nur die Instrumente, die können es dir ja auch schlecht... Also natürlich, du musst halt natürlich das Vertrauen in die Technik haben, aber du willst es ja trotzdem sehen und dieses immer wieder rausgucken und zu schauen, wo am Himmel bin ich denn jetzt? Und das ist... Also das war schon das erste so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also Wahnsinn. Wenn ihr die erste Action-Sequenz seht, mit der es losgeht eigentlich, so sind alle. Ja. Ja, also so genauso intensiv und wenn einem das irgendwie abturnt, hat man wahrscheinlich wenig Freude mit den restlichen Action-Sequenzen. Ja, das stimmt. Aber ich fand es halt, ja, unglaublich intensiv. Dadurch, dass es so unübersichtlich ist und aber diese Soundkulisse dazu mit diesen Geräuschen, also es ist unglaublich. Ich finde da immer noch keine Worte, wie mich das mitgerissen hat. Und ja, diese, wie gesagt, er nimmt sich wirklich ganz, ganz selten raus, mal in die Totale zu gehen und ruhig zu werden. Und ich finde gerade das Ende, diese Landung dann auf dem Mond, das ist dann auch so dieser, ist auch optisch deutlich sichtbar gesetzte Höhepunkt, wo sich dann der Blickwinkel so öffnet. Ja, das fand ich sehr hoch. Also sie gehen da aus dieser Luge und wie gesagt, ich war nicht auf dem Mond, wir waren beide nicht auf dem Mond, aber das ist, glaube ich, so näher dran an diesem Gefühl, wie es gewesen sein müsste, glaube ich, wird man nicht kommen. Es sei denn, du hast irgendwie mal so ein Virtual Reality-Zeug in Zukunft, aber das, sie steigen da runter und dann öffnet sich diese Mondlandschaft da und dann steht der halt da auf diesem Fuß von diesem Landemodul, Tranquility Base und labert halt in aller Seelenruhe und dann macht er so seinen ersten Schritt und du siehst halt so aus der Ego-Perspektive und das ist so, du bist halt auch, du bist halt dabei. Ja, das ist wirklich toll gemacht. Ja, auch einfach die Mondlandschaft, dieses Schwarz- und Silbergrau, wo du dann schon fast das Gefühl hast, das ist jetzt Schwarz-Weiß, weil es gibt ja auch Filter, die genauso aussehen. Also dieses Mondschimmern und dann halt auch diese Krater und das ist halt auch wieder die Landung, die war dann auch so spannend und auch die Musik, wie sie sich dann immer mehr entfaltet hat und dann immer mehr so Crescendo dann wurde und es war richtig der Wahnsinn. Ja, und es war ja auch so seine Art dann der Trauerbewältigung, wo du halt gemerkt hast, okay, das ist jetzt... Die Damien Chazelle rein interpretiert hat, die ist nicht belegt, also... Aber das ist halt sein Moment, der... Also ich fand das super. Ich fand das auch schön, ja. Ich fand das super schön, dass er da halt die Kette seiner Tochter dabei hatte, was alleine wahrscheinlich schon unrealistisch ist. Ich glaube, dass die Astronauten da gar nichts, aber wirklich gar nichts mit hochnehmen dürfen, was nicht irgendwo auf irgendeiner Liste steht. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, er wirft das halt in den Mondkrater und das ist so sein... Also der Moment, wo er... Nochmal so loslässt, gell? Wo er loslässt, genau. Weil er spricht ja nie drüber. Und jedes Mal, wenn er mit diesem Thema konfrontiert wird, wenn Erinnerungen an seine Tochter hochkommen, weicht er aus. Und ich glaube, das ist... Ich glaube, dass das so war. Also diese Verdrängung, wie wir vorhin schon sagten, also den eigenen Tod und die Konsequenzen für seine Familie verdrängt, den Tod seiner Tochter verdrängt, die Claire Foy sagt ja auch mal, er redet nie mit ihr, über Karen, glaube ich, hieß die, über die Tochter und trotzdem findet er dann für sich halt am Ende dann auf dem Mond seinen Abschluss und diese Bilder, ey. Du hast so... Da ist mal eine Sequenz, die ist mir in Erinnerung geblieben, wo... Sie haben ja diese reflektierenden, golden reflektierenden Sichtschutz-Dinger da. Du siehst ja ihre Gesichter nicht, du siehst ja nur die Reflexion und dann siehst du ja, die Kamera ist auf ihn gerichtet und die Kamera macht dann so einen 360-Grad-Schwenk. Also einmal über die Mondoberfläche Ja, das ist toll, ja. Und dann zu ihm zurück, ne. Und es ist so... Oh mein Gott, ja. Und du hast dann... Das fand ich übrigens auch clever gelöst, weil du sein Gesicht ja nicht siehst. Dann kommen doch diese Flashbacks an seine Tochter. Also du siehst sein Gesicht nicht, aber du weißt, was jetzt in ihm vorgeht. Mhm, mhm. Ja, das stimmt. Und dann macht er ja den Visor hoch und dann siehst du halt sein Gesicht und dann, okay, das ist jetzt der Moment und... Ja, Wahnsinn. Und vor allem halt, das war, ich glaube, habe ich auf IMDb gelesen, das war einer der ersten Filme, wo darauf verzichtet haben, Lichtquellen innerhalb des Helmes zu haben. Da musstest du an mich denken, oder? Ja, da habe ich dann... Deswegen habe ich dir das ja gleich gezeigt, weil du bemängelst das ja immer bei Science-Fiction-Filmen, dass das ja eigentlich total unlogisch ist, wenn jemand in einem Helm drin ist, dass er für sich drinnen dann Licht hat. Das ist ja nur, dass der Zuschauer... Würde ich ja nur blenden, ja. Genau, das ist ja nur, dass der Zuschauer das Gesicht sieht. Und deswegen war das halt... Aber das hat ja auch ohne funktioniert. Du hast ja trotzdem, natürlich durch die Reflexion des Glases hast du nicht immer 100 Prozent, aber du hast trotzdem gesehen, was in denen vorgeht. Ja. Also du hast es ja trotzdem gesehen. Also auch ohne, dass da jetzt wieder Lichtquellen im Helm drin waren. Also das war jetzt auch toll. Vor allem, weil dann war es jetzt zum ersten Mal wirklich realistisch. Ja, und vor allen Dingen, das unterstreicht auch diesen klaustrophobischen Charakter. Ja, ja. Weil du halt merkst, okay, die haben da jetzt nicht so mega Bewegungsfreiheit da drin und können sich halt auch den Kopf nicht einfach mal so rüberdrehen und einen Kumpel da in die Augen gucken. Ja, ja. Und sind halt da eingepfercht und festgeschnallt und dann holt noch einer irgendwie... Was haben sie da mit dem Schweizer Taschenmesser? Haben sie nochmal eben schnell eine Gürtelschnalle repariert? Und dann denkst du so, oh mein Gott, die schnallen dich da irgendwie auf eine Ladung Dynamit, also Raketentreibstoff. Aber das war ja auch die... Also das fand ich eine der krassesten Szenen. Wo sie verbrannt sind. Wo die drei Vorgänger, die haben da irgendwie so einen Test gemacht und sind da vier Stunden. Also die sind ja ewig erst mal in der Kapsel gewesen und dann hat ja irgendwas nicht funktioniert und auf einmal ging es Feuer los und dann sind die verbrannt. Und dann halt auch ohne Explosion, das ist halt einfach... Also weg. So wie es auch hier wieder sein muss. Nicht so... Dramatisch. Hollywood so... Und alles fliegt einem um die Ohren, sondern einfach... Genau, wie im Krematorium. Ja, krass. Also das war auch so ein Schlag in die Magengrube. Das wusste ich, also ich habe es gesehen und als es dann passierte, wusste ich, dass das passiert ist. Das habe ich auch mal gelesen. Aber trotzdem hat es nicht... Also seine Wirkung nicht verfehlt. War ja auch wieder so ein Rückschlag für dieses ganze Programm. Ja. Ja, ist fantastisch. Also ich freue mich auch, dass jetzt, also nachdem ja der Mond quasi erkundet war und was ich meine, zum x-ten Mal dann auf dem Mond gelandet ist, hat ja das ganze Raumfahrt-Thema deutlich an Fahrt verloren. auch in der Öffentlichkeit. Also Raumfahrt ist ja immer, ich sage mal, das ist halt eine Wissenschaft, die wie keine andere davon lebt, also von ihrer Außenwahrnehmung lebt. Also das ist so, keine Ahnung, wenn irgendwelche Fusionsforscher da... Das steht nicht so in der Öffentlichkeit wie halt Raumfahrt. Und die Öffentlichkeit ist auch ein Motor dieses Programms und auch, weil die ja zahlt dafür. Und irgendwie war es ja immer so, die Aufgabe der NASA, die haben ja auch gigantische PR-Abteilungen, die nur darauf aus sind, halt das Image der NASA zu verkaufen und sozusagen und auch den Leuten was zu sehen zu geben, damit die halt eben nicht sauer werden, weil man ihre Steuergelder verschwendet. Ja, klar. Und das wurde dann halt, ich meine, Kennedy war ja ein ganz großer Raumfahrt und dann, wer war der Nachfolger? Lyndon B. Johnson oder Nixon? Ja, da ging es dann halt bergab. Also es ging immer mehr bergab, nachdem da die Mondlandung erfolgt war. Kennedy war ja, der ist ja 1963 gestorben. Ja, der war vorher, also der hat nicht mehr erlebt. Aber er war ein ganz großer Befürworter und hat man ja auch noch diese Rede gesehen von ihm. We are going to the moon. Und die worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also nee, also man sieht ja, wie populär damals die Raumfahrt war und wie viel sie angeheizt hat und die Stimmung in der Bevölkerung war halt so, wir sind auf dem Mond gelandet und natürlich ging es auch um Russland auszustechen. Hat die Nation einfach so so ein bisschen und ich finde es halt schön, dass es wir mittlerweile nicht zuletzt dank Elon Musks SpaceX oder halt auch die vom Steve Bezos diese Blue Origin Raketen jetzt wieder auf einem auf einem aufschwingenden Ast sind, also wo man halt merkt, okay, Raumfahrt wird wieder populär. Man merkt das halt, dass plötzlich so Sonden, Raumsondenlandungen wieder Medienpräsenz haben, die auf irgendeinen Asteroiden landen und das, was weiß ich, die Pläne halt jetzt auf dem Mars zu fliegen und also ISS und wie heißt der, der Gerst, unser Astronaut auf der ISS also ich zumindest vielleicht nur in meiner Blase, ich weiß es nicht, ob es woanders auch ankommt, empfinde es so, dass die Raumfahrt einfach so eine gewisse, wieder so eine Popularität erlangt und das jetzt finde ich halt dadurch, dass irgendwie wird der Mars greifbar für die Menschen und dadurch so dieses ja vielleicht können wir das doch schaffen und vielleicht erleben wir das doch noch und jetzt haben sie da schon das gemacht und das hingeschickt und da dieser Mars Rover schon gelandet und hat Bilder geschickt und das sind so Dinger, wo du sagst, ja, verstehst du, es geht nicht darum, was bringt jetzt dir das unmittelbar, wenn da jemand landet, es bringt mir nichts, es bringt dir nichts, sondern es bringt die Menschheit dann einfach weiter und es ist einfach beeindruckend für mich, zu was die Menschheit in der Lage ist. Ja, das auf jeden Fall, aber ich meine, wenn halt, wenn es jetzt so weitergeht und kein Umdenken stattfindet, muss ja eh die Menschheit schauen, wo sie denn woanders unterkommt, deswegen müssen sie ja das wahrscheinlich auch vorantreiben, wobei das eigentlich nicht lustig ist. Nee, aber ich schwaffe ab, ich fand halt nur, Du darfst auch mal ausschweifen. Ausschweifen. Abschweifen. Ich fand halt nur, dass mich, also für mich hat das, diese Faszination an der Raumfahrt wieder so ein bisschen angefacht, weil mir der Film wie kein Zweiter einfach dieses, das vermittelt hat, was es bedeutet. Deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen enthusiasmiert. Nein, nein, das ist ja auch toll und ich meine, du hast es auch vor allem halt, also die letzte Mission, wo man dann gesehen hat und einfach der Unterschied von den Knöpfen von Anfang des Filmes, die Anzüge und so weiter. Alles, alles merkst du dann so, okay, zum Glück geht auch, müssen sehr, ich meine natürlich die ganzen Versuche und Misserfolge, das muss ja auch zu irgendwas führen, dass das dann endlich mal besser wird oder dass es besser ausschaut oder funktionaler ist oder so, aber du hast dann wirklich auch gesehen, wie die Technik voranschreitet, weil das war ja der Zeitraum von, waren es sieben, acht Jahre? Ja, 63 bis 69, oder? Sieben? Sechs? Sechs. Sechs Jahre? Ja, sechs, sieben Jahre waren es ja. Ich glaube 61 ging es noch los, oder? Kann das sein? Anfang der 60 bis Ende der 60. Na, egal. Zehn Jahre. Nee, egal. Ja, und du hast halt einfach gesehen, wie die Entwicklung halt dann vorangeht und das fand ich dann schon auch. Ja, also es war jetzt auch nicht so, dass mir das zu beobachten... Sie haben zwar so ein paar so Sprünge drin gehabt, logischerweise auch, aber ich fand es nicht störend. Vor allem halt dann, das ist zehn Jahre später oder fünf Monate später, dieses... Das hat den Film auch gar nicht gebraucht. Sie haben so gar nicht. Sie haben, glaube ich, immer nur Datum eingeblendet und dadurch... Das finde ich immer besser im Übrigen. Ja, finde ich auch. Da kannst du dich so ein bisschen besser daran orientieren. Und dann hast du auch als Zuschauer nicht so den Eindruck, als würdest du jetzt da durchgepeitscht werden. Auch wenn jetzt da drei Jahre dazwischen liegen, ist es besser, wenn da eben statt 61 plötzlich 64 steht und nicht drei Jahre später. Ja, ja. Aber gut, das ist mein persönliches Empfinden. Ja, vor allem, da wird dir nicht so bewusst, dass drei Jahre jetzt fehlen. Da ist es halt einfach nur, du hast zwei verschiedene Daten gesehen und denkst dann so, in dem Moment denke ich nicht drüber nach. Jetzt sind die drei Jahre später. Die denken nur, ich sehe halt das Datum und denke mir, okay, jetzt geht es weiter. auch ein großer Verdienst finde ich des Films, dass man sich da nicht durchgehetzt fühlt, sondern dass man sich da die wichtigsten Ereignisse halt rausgepickt hat. Und ja, wie gesagt, Neil Armstrong, ich hatte jetzt, also ich denke, ich habe jetzt eine Ahnung davon, was für eine Art von Mensch das ist. und das ist ja eigentlich so die Hauptaufgabe, denke ich, eines Bio-Pixer, dass man halt hinterher einen Eindruck davon hat, was das für ein Mensch war. Ja, großartiger Film. Jo, wie sieht es denn aus mit einem Ausblick? Haben wir noch was? Ja, ja. Nächste Woche. Ja, nächste Woche. Was gucken wir uns denn dann an? Grindelwald. Ah, The Crimes of Grindelwald. Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Ja, das ist so. Teil zwei, denen es irgendwie, keine Ahnung. Das ist halt irgendwie, ich, mich stört es ja nicht, dass dieses Harry-Potter-Universum jetzt da auch nochmal ein bisschen ausgeschlachtet wird, weil ich meine, man hat ja, wenn man die Bücher gelesen hat, dann gibt es so viele Hintergrundinformationen, die natürlich in den Filmen nicht so vorkamen und deswegen verzeihe ich auch hier der Warner, dass sie da jetzt hier ein weiteres, ja, wie soll man sagen, Versuch gemacht haben. Eine weitere Kuh. Eine weitere Kuh gerade melken bis zum Erbrechen, aber ich freue mich wahnsinnig drauf, den zweiten Teil jetzt dann anzuschauen. Ja, es ist einfach eine Welt, in der man sich, also ich, du, wir uns einfach gerne aufhalten, weil es so schön ist. Ich finde jetzt auch, man storytechnisch, weiß ich, nicht, es ist halt, es sind jetzt keine Wahnsinnsüberraschungen drin, es ist jetzt nicht mega spannend, aber es ist halt eine solide, es ist schon immer, also auch der letzte Teil war einfach eine schöne, erzählte Geschichte, die einfach durch diese, durch diesen Fantasiereichtum uns fasziniert und deswegen freuen wir uns auf die Fortsetzung und ich mag, wie heißt der Hauptdarsteller? Jude Law ist Dumbledore und Johnny Depp ist Grindelwald. Ja, und der Hauptdarsteller Andy Redmayne ist. Andy Redmayne, genau, den mag ich. Ja, mag ich auch. Den mag ich auch in der Rolle. Den spielt den Scamander, Scamander. Ja, den Newt Scamander. Scamander, ja, der dieses Compendium da verfasst hat, auf dessen fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Genau, auf dem wiederum der ganze Film beruht. Ja, genau. Auf diesem Compendium. Naja, schöne Geschichte. Compendium, ist das ein Compendium? ist ein Lexikon, stimmt ja. Ne, da freue ich mich drauf und, oder freuen wir uns drauf und wenn es über uns irgendwie möglich ist, werden wir uns nächstes Wochenende angucken und natürlich wieder an derselben Stelle davon berichten. Wir haben diesmal, haben uns jetzt eigentlich mehr oder minder dazu entschlossen, das zu einer wiederkehrenden Kategorie zu machen, am Ende noch eine Serienempfehlung für euch, weil wir natürlich in der Zwischenzeit immer ganz, ganz viele Serien gucken und jetzt Ja, die Zeit ist schon krass, nur gucken, nur Serien. Diese, ich sag mal so, diese Wartezeit zu unseren, was weiß ich, so halbjährlich stattfindenden Serieneintöpfen überbrücken wollen, haben wir uns jetzt entschlossen, einfach, wenn es denn, wenn wir denn was haben, was aber wahrscheinlich ist, am Ende jeder Episode mal so eine kleine Serienempfehlung rauszuhauen. Was haben wir denn diesmal? Ja, und zwar, wir haben mit einer großen Begeisterung die dritte Staffel von Daredevil angeschaut auf Netflix und das ist wirklich, das macht jede, Luke Cage, jede Glitzerfaust oder Leuchtefaust und Jessica Jones, es macht alles wieder gut, weil Jessica Jones haben wir, glaube ich, so ein bisschen unseren Frieden mitgeschlossen, aber mit anderen nicht. Naja, aber vor allem, naja, die zweite Staffel haben wir ja bis jetzt noch nicht fertig geguckt, ich glaube, wir haben drei Folgen angeschaut und dann hat es uns irgendwie auch schon wieder verlassen. Ja, und es ist halt einfach, Daredevil ist für uns einfach die beste Marvel-Serie, die es gibt. Auf Netflix, ja. Also wir haben ja mit Runaways angefangen, die hat uns auch sehr gefallen, ist aber ein anderes Kaliber. Ja, das ist Guilty Pleasure. Genau. Ja, also ich muss ja sagen, die erste Staffel Daredevil hat uns von Minute 1 an damals sehr, sehr begeistert. Dann die zweite war so, ja, da war das Highlight eindeutig der Punisher. Ja, das war halt, Elektra war halt ein bisschen. Und die Geschichte mit Elektra, die fand ich so mäh. Ja, die war echt mäh. Und die Punisher war übrigens auch noch großartig, muss ich ja sagen. dann als Nachfolger. Als Spin-Off sozusagen. Ja, aber dann kam halt Alan Fils, dann kam Luke Cage, dann kam das Defenders und das, ich hatte so die Angst, dass sie mir Daredevil kaputt gemacht haben. Weil Defenders hat er jetzt auch nicht großartig rausreißen können. Ja, war schon einer der Besseren, aber er hat halt gut funktioniert mit Jessica Jones und die anderen zwei, ich weiß auch nicht, also diese Pussy von Iron Fist, das ist halt wirklich. Ja, es war echt nicht unser Ding. Nein. Und dann haben wir halt die dritte Staffel angeschaut und meine Fresse, war die geil. Ja, die war richtig gut. Also die haben alles richtig gemacht, was man in so einer dritten, also ich hätte es nicht erwartet, dass die so gut ist. Es kehrt halt Mr. Fisk kehrt halt zurück der Vincent D'Onofrio. Es, ja, Iron Man knüpft dann die Ereignisse von Defenders an. Iron Man sag ich schon. Ja, aber ich hab's jetzt gerade einspielen. Daredevil ist quasi am Boden, ja, sozusagen. Und das ist so eine, also die Geschichte ist jetzt nichts Neues, aber sie ist wahnsinnig gut erzählt. Ich war überrascht über das Niveau der Dialoge, die uns immer wieder begeistert haben. Es waren keine dummen Erklärbär-Momente drin, wo ich gesagt hätte, da bin ich eh hochgradig, energisch gegen sowas. Das ist immer schlimm, weil du bist da halt immer so anfällig und dann verliert eine Serie immer gleich bei dir so arg. Brutal. Also Sabrina ist da ganz schlimm. Ja, weil ich schaue jetzt gerade alleine mehr oder weniger die Chilling Adventures of Sabrina, wie es im Englischen heißt. Also das ist schon guilty, guilty pleasure. Ich finde ich jetzt nicht. Ich finde es echt spannend und mir macht es echt Spaß, aber ich bin da auch ein bisschen mit so diesem ganzen Hexen und okkultem Universum bin ich ein bisschen affiner. Thematisch ist es fantastisch. Also das Setting ist der Wahnsinn. Also da ist wirklich Geld dahinter und das siehst du halt auch und es macht richtig Spaß. Ich finde die Darsteller auch ganz toll. Ich finde sie toll gecastet. Also das ist gerade das, was ich schaue. Ich habe es noch nicht fertig geguckt, aber und da ist halt auch die erste Folge ist halt einfach Erklärbär pur. Aber mich stört es halt einfach nicht. Ich sehe darüber hinweg. Ja, das ist so. Und du hockst dann halt immer mit aufgerollten Fußnägeln dran. Und rollenden Augen, dauerrollend. Das ist ein einziges Rolling Stone hier. Nee, ich finde es echt nicht gut. Also das ist so eine Serie, wo ich merke, ich bin nicht mehr das Publikum. Ich habe einfach den Anspruch, dass dieses Show don't tell, also ich will einfach, dass man mir zeigt, was Sache ist und mich selber so ein bisschen herausfinden lässt, um was es geht. Ja, das musst du dich halt fordern. Ja, und das ist halt einfach, du guckst das und du brauchst dich keine, du brauchst in keinster Sekunde irgendwie Gedanken zu machen, was es geht, weil es wird in der nächsten Sekunde erklärt. Ja, wie der Mach sei, um das geht ja gar nicht. Ist aber auch manchmal entspannt, weil wenn du dann halt nach einem langen, 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 langen Arbeitstag zu Hause dann halt, es ist natürlich auch so, was mal zu schauen ist, natürlich auch mal wieder ein bisschen entspannender fürs Hirn. Musst dich nicht mehr so anstrengen. Deswegen ist ja auch gut, wenn solche Serien gut gemacht werden, weil es gibt genug Guilty Pleasure-Serien, wo du halt einfach lieblos in die Welt geschmissen werden, die dann auf RTL oder Vox laufen. Ich war über den Grad der Gewalt, der expliziten Blut- und Gegröße-Darstellung war ich überrascht. Es ist, wie gesagt, stilistisch, thematisch, es ist fantastisch. Ich bin mal aber abgetrifftet zu Sabrino, gell? Ja, ich mag halt nur nicht, ich mag halt nur nicht diese Dialoge, ich finde die vollkommen Banane. Aber Daredevil, Daredevil Staffel 3, schaut's euch an, fantastisch, ist für mich die bislang beste Staffel Daredevil und ja, bislang jeden, ich kenne noch einen, der sie gesehen hat, der genauso begeistert war, insofern dicke, dicke Serienempfehlung von uns an dieser Stelle. Genau. Dann würde ich sagen, Hören wir uns nächste Woche wieder? Hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder? So vielleicht? Ja, doch, weiß ja nicht. Doch, eigentlich schon. Ich will jetzt sehen. Ich könnte ja was dazwischen kommen. Nein. Diesmal nicht. Was, wenn einer von uns die Masern bekommt? Was? Ja, also wir freuen uns auf alle Fälle auf dem Film und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich euren Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook oder YouTube folgen. Ihr könnt diese und jede andere Episode kommentieren. Oder ihr schreibt uns einfach eine Nachricht. Ihr könnt uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Flatter unterstützen. Ihr könnt über uns bei Amazon.de einkaufen. Oder ihr schickt uns einfach eine Socke mit Geld drin. Genau. Ihr könnt uns auch anderweitig eine Sache oder Geldspende zukommen lassen. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser und jeder andere Episode. im Podcatcher eures Vertrauens und natürlich auf kat.exklamatio.de Tja, dann würde ich sagen, macht's gut. Eine gute Woche. Eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin, macht's gut. Schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man. One giant leap for mankind. I'm going to step off the limb now. I'm going to step off the limb now. Untertitelung des ZDF, 2020